Leute, Leute, da seid ihr richtig. So hoch. Juhu! Juhu! Ohhhhh! Ohhhhh! Oh man, oh man! Back over me! Eyes on level! Juhu! 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 Das Juhu war geil. Er hat so Fett kam. Er ist viel so versraut zuß. So schau mal! Juhu! 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 Juhan! Juhu! Parabéns, 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 Parabéns Roll, roll, roll! Halt dich einfach fest! Wollt ihr das Becher spielen? Wollt ihr das Becher spielen? Ja! Dann gebt mir jetzt ein Handzeichen und dann kommen die Becher zu euch an Bord! Diese bitte jetzt mit dem Mund festhalten und ihr habt die Chance auf eine Freifahrt! Am Ende der Fahrt gucken wir Wer bei euch das meiste, was er noch ein Becher hat und der bekommt die Freifahrt! Ist ganz schön kalt, kann das sein? Die Becher, nur mit dem Mund festhalten Ladies, Jungs, alle nebenbei hier vorne Die Becher, nichts zu unterliffeln Wir starten, Web-T-Shirt kommt jetzt in die letzte Runde hier vorne Hugo! Was für kleine Welt Die Becher, nur mit dem Mund festhalten Und die glücklichen Gwinnans-Freunde, die sitzen in Wagen Nummer 6, hier vorne sind die glücklichen Gwinnans-Freunde in der Haltung der Haltung der Maschine zum... Wuhu! Game over! Oh, hallo! Hallo!